Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den Ian G-Markets Morning Call für Mittwoch, den 17. Februar. Gut, wir beginnen direkt wieder mit dem Tagesschart für den heutigen Mittwoch, da tut sich eigentlich sehr wenig im DAX momentan. Ich hatte den Short-Bereich nun etwas heruntergezogen von 14.150 und 14.200 Punkte auf 14.100 bis 14.150 Punkte, also hier in diesem Bereich der vorherigen Tageshochs. Zuvor wurde der Short-Bereich jeweils knapp verfehlt, insofern habe ich den nun hier etwas heruntergezogen. Der Long-Bereich bleibt unverändert bei 13.900 bis 13.950 Punkte hier an der Unterstützung, sowie etwas unter dem 10er EMA, der für den kurzfristigen Verlauf wichtig ist. Insgesamt hat sich wenig geändert in den letzten Tagen. Wir pendeln hier praktisch permanent seitwärts um die Marke von 14.100 Punkten. Im großen Bild im Monatschart weiterhin an der Widerstandslinie, die wir nach wie vor nicht überwinden können. Aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Weder konnten wir einen Ausbruch nach oben bewältigen, noch sind wir nachhaltig nach unten abgesagt. Gut, hier haben wir dann den Monatschart wieder mal mit der oberen Widerstandslinie. Wir sind hier bei 14.064 Punkten am Vortag aus dem Handel gegangen und notieren damit weiterhin hier im Widerstandsbereich der steigenden Widerstandslinie. Wie schon oft zuvor erwähnt, wurde im Monat Januar mit der schwarzen Monatskerze ein Warmsignal generiert. In der Regel ist es so, dass nach einer schwarzen Monatskerze, nach einem langen vorherigen Hochlauf, die Kurse wieder fallen, beziehungsweise es dann zu einer Seitwärtsbewegung kommt und erst dann in Folge die Kurse wieder nachgeben. Solange wir also hier diesen Widerstand hier nicht nach oben überwinden können, ist dann langfristig mit einem erneuten Rücklauf zu rechnen. Möglicherweise dann, wie schon zuvor in den Vorjahren hier, bis zum unteren Fibonacci-Faker im Bereich von ungefähr 11.600 Punkten. Gut, und da die Lage relativ unverändert geblieben ist, sind wir auch schon wieder fertig mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel.